Hallo zusammen, wäre heute schon morgen, hätte ich heute nicht das weiße Trikot an, sondern das rote und würde zum Heimspiel vom EHC Freiburg gehen. Mein Name ist Christian Kreft, das ist mein Bruder und wir haben zusammen für und mit dem EHC Freiburg das Thema Ticketing gelöst. Und das Kind hat den Namen 25 Tickets, Social Ticketing for Fans. Mit 25 Tickets müssen Fans nicht mehr an der Abendkasse anstehen, wir können ihre Tickets ganz bequem von zu Hause aus kaufen und das entlastet zusätzlich eben die Abendkasse. Dann ist es so, man kann die Tickets im einfachsten Fall zu Hause ausdrucken, man kann sie mitnehmen, man kann sie auch unterwegs noch auf dem Smartphone erstehen und runterladen. Und so klappt es dann eben entsprechend auch beim Einlass, es gibt keine Wartezeiten. Dann der Vorteil ist zusätzlich, die Abendkasse kann das System ebenfalls nutzen, weiß immer, wie sind die Kontingente, wie sind die Auslastungen und es gibt keine Doppelbuchung durch Zettelwirtschaft, wie es bei vielen kleinen Vereinen heute noch praktiziert wird. Der Einlass geht im einfachsten Fall über ein Smartphone, das ist die kostengünstigste Lösung. Wer höhere Durchsatzraten braucht, kann auch einen Laserscanner dazu nehmen und kriegt so eben deutlich mehr hin. Das hat bisher sehr gut geklappt, wir haben in der letzten Saison die Halle sechsmal in Folge ausverkauft und alle waren zum Anpfiff drin. Dafür wurden wir mit der Meisterschaft und dem Aufstieg in die DL2 belohnt und Social Ticketing, 25 Tickets ist die Lösung für kleine und mittlere Hallensportvereine und das Besondere ist eben das Thema Social Ticketing. Social Ticketing, das sind im Wesentlichen fünf Sachen. Fans, sprich Ticketkäufer, können Kontakt zueinander aufnehmen, sie können Tickets tauschen, sie können Tickets weiterverkaufen, wenn sie mal nicht zum Spiel gehen können. Sie können Kontakt untereinander aufnehmen, hatten wir. Sie können, jetzt habe ich einen Hänger, genau, sie können Auswärtsfahrten zusammen organisieren und es gibt ein Belohnungssystem, wodurch es sich abseits vom Spiel lohnt, eben zum Spiel zu gehen, Tickets zu kaufen. Unser Ziel ist es, in 2016 25 Tickets zu der Marketing- und Vertriebsplattform für kleine und mittlere Hallensportvereine zu machen und wir haben für die nächsten Saisons, die eben anstehen, auch schon weitere Eishockey-Vereine gewinnen können, die das als Beta-Tester nutzen möchten und unser Ziel ist es, in der darauffolgenden Saison das vollständig und automatisiert auszurollen. 25 Tickets, mein Name ist Christian Kreft, das ist mein Bruder Benjamin. Danke für die Zeit und die Aufmerksamkeit. Applaus 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 Applaus